Wer sitzt hier in der Welpenkiste? Ganz große Menschenwelpen sind da. Und hier sind Welpen auch auf dem nackten Bauch. Und hier auch auf dem nackten Bauch. Und die riechen, die Menschen. Aha, Anni macht schon Züchterarbeit, legt die Welpen an. Guck mal, ich hab den blauen. Legt die mitten runter, genau. Und Anni auch. Bei Anni schlägt die Welpen. Guck mal, ich schläf. Aber auch sehr, sehr gut. Guck mal, der hier. Leg ihn bitte, Guck hier. Er möchte nicht jetzt. Leg ihn wieder hin, Schatz. Leg bitte hin. Ja, gut gemacht, Guck. Ist robust. Hier, komm mal zu mir, guck dir den mal an, den mit den roten. Guck mal, ich schläf.